Wir haben jetzt was Großes geschafft mit Bayern München. Das muss ein Antrieb sein, weiter hungrig auf Titel zu sein. Und die Nations League dient dazu, dass sie uns dieses Jahr optimal gegen starke Gegner auf die EM vorbereiten können, wo es dann riesen Titel wieder zu vergeben gibt. Und ich glaube, dass wir eine Mannschaft haben mit Spielern, wo wir da wirklich eine sehr gute Rolle spielen können. Und deswegen nehmen wir jeden Test, jeden kleinen Gegner, jeden großen Gegner hier sehr ernst, weil wir uns einfach auf den kommenden Sommer vorbereiten wollen.